Hallo meine Lieben, heute gibt es zwei Rote Rube Rezepte. Laut Ayurveda können Rote Biete für den Erdungszweck für den Vata-Tipp am Vorteilhaftesten sein. Pitta kann gekochte Ruben aufgrund ihrer kühlenden Natur konsumieren. Der Kaffa-Tipp kann aufgrund des hohen Zuckergehalts in kleinen Mengen konsumieren. Kaffa und Vata können auch die Rubengruns genießen. Das ist alles für heute. Danke, Wiedersehen!